Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich den Lichterbeat ganz genau erklären werde. Ihr wart sehr gespannt darauf, deswegen laber ich jetzt gar nicht lange drum rum und wir sehen uns direkt in FL Studio. Da sind wir auch schon in FL Studio. Lange wurde es sich gewünscht, Lichterbeat Breakdown. Deswegen bin ich sehr excited, das euch heute zu zeigen. Ich hoffe, ihr habt Bock, gerne Like, Comment, wenn ihr es generell feiert, wenn ich Videos heute auch am Montag hochlade. Ja, gerne abonnieren, ihr kennt den Shit, kostet euch nichts, hilft mir aber extrem. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach den Beat an, falls ihr den Beat noch nicht kennt, wenn nicht, checkt den aus, weil For Real Most Fire Song I Ever Produced. Also checkt den auf jeden Fall aus, links in der Beschreibung, aber das ist der Beat, wenn ihr den nicht kennt. Yes Sir, auf jeden Fall sehr fire. Ihr seht, ich habe einige Sounds hier nicht und Omnisphere und so, ihr kennt das. Deswegen habe ich hier so ein paar exportierte Spuren, aber die Midi-Szenen wäre trotzdem alles längst. Kein Problem, wir fangen an mit dem Intro. Also was ich hier habe, die Main Melodie ist natürlich so ein Klavier. Das ist die Melodie, es sind im Prinzip nur drei Chords, hier zweimal der gleiche, die auch nur auf und ab gespielt sind. Also es ist einfach nur Cis, Cis, Gis, Guck mal, es ist nicht mal ein Chord. Das ist einfach nur eine Quinte. Quinte? Ja man, eine Quinte. Das sind einfach nur zwei Töne in verschiedenen Oktaven. Das ist die komplette Melodie. Wenn wir hier hingehen, haben wir tatsächlich einen ganzen Chord, F-Sharp, Minor, Minor oder Major? Minor. Und dann haben wir hier noch einen Chord. Ihr seht, das sind einfach nur Chords hoch und runter gespielt. Wie es bei Gitarren geht, so geht es auch bei Klavieren. Hört sich dann so an und meiner Meinung nach einfach macht es den kompletten Song aus, obwohl es nur sehr, sehr simple Melodie ist. Es sind natürlich nicht nur drei Chords, fällt mir gerade mal auf. Der Beat ist schon sehr lange her, dass ich den gemacht habe, deswegen ist er auch ein bisschen weird gemischt und so. Aber trotzdem ein sehr, sehr, sehr krasser Beat, wie ich finde. Hier ändert sich natürlich das E zu einem Diss, weshalb wir einen anderen Chord haben. Das sah nur auf den ersten Blick so aus. Als nächstes habe ich da drüber so einen Pad in Omnis 4. Das spült einfach die Chords. Hier sieht man es besser, dass es vier Chords sind. Gibt dem ganz einfach noch ein bisschen Fülle, man hört es direkt. Yes, sir. Wird, denke ich, deutlich. Dann kommen wir zur Pre-Hook. Leute sagen, ich bin next up. Hier so ein Riser. Und dann fangen wir mit dem Hi-Hat-Pattern an. Das Hi-Hat-Pattern sieht auf den ersten Blick mega kompliziert aus. Das ist aber eigentlich voll simpel. Wir sehen, wir haben immer so ein Roll auf der 1, dieser Hi-Hat auf der 2 und. Und das ist so dieses Grund-Pattern. Diesen Roll switche ich so ein bisschen ab. Ich habe das schon mal tatsächlich erklärt, das Hi-Hat-Pattern so ganz genau. In dem Hi-Hat-Tutorial, das ist jetzt da oben rechts verlinkt. Deswegen checkt es gerne da aus. Deswegen mache ich es hier nur so grob. Den Roll ändern wir immer so leicht ab. Und dann machen wir hier noch eine Variation. Und mit den Heads, mit den Reverse Hi-Hats, wovon ich viele in diesem Beat benutzt habe, haben wir auch hier immer so relativ ähnlich, aber immer so leichte Variationen. Wie gesagt, checkt gerne das Video aus, wenn ihr genau wissen wollt, was ich hier gemacht habe. Als nächstes haben wir noch eine Snare, ganz simpel, was ich, by the way, gemerkt habe. Es ist die Antidote. Ich weiß actually nicht, wie man diesen Song ausspricht. Aber der Travis Scott Song, ich denke, man kennt die. Das ist genau die gleiche Snare wie in dem Song. Auf jeden Fall sehr crazy, das ich gesehen habe, als ich gerade das Projekt aufgemacht habe. Genau, aber hier mit sehr viel Reverb versehen, hier am Ende, da kommen wir gleich zu. Ist es jetzt hier die ganze Zeit noch nicht. Die Open Head, das ist das Pattern. Hier auf der 1, hier, hier, hier und hier. Keine Ahnung, sehr random, aber passt einfach irgendwie in den Bounce. Velocity habe ich reingemacht, um den ganzen noch ein bisschen mehr Bounce zu geben. Und dann klingt die gesamte Pre-Hook so. Oh, nee, in der Pre-Hook haben wir tatsächlich auch noch eine Arcade Vocal, die so klingt. Dann klingt die Pre-Hook so. Dann haben wir an dieser Stelle hier auf einmal ganz viel Reverb drauf. Auf die letzte Snare habe ich für den Übergang gemacht. Das klingt so. Ja, Mann, ihr seht, ich habe alles andere hier weggeschnitten und dann nur diesen Hall ausfaden lassen. Das fand ich einen sehr, sehr geilen Übergang. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt zum Drop. Hier, das bleibt alles drin, die Snare Hi-Hat und Open Head. Was dazu kommt, ist eine Counter-Snare. Ihr seht, das ist das Pattern. Sehr viele Counter-Snares. Der Beat ist generell sehr busy, aber alles baut irgendwie so aufeinander auf. Also, wir sehen hier kurz nach der Snare haben wir immer eine weitere Counter-Snare. Dann hier, um in die nächste Bar einzuleiten, hier in die nächste Bar einzuleiten. Hier, um in diese 808 einzuleiten und hier nochmal so ein Übergang in die nächste Bar wieder. So quasi, also immer nach vier Bars haben wir hier so eine kleine Art Fill mit diesen zwei Counter-Snares. Kommen wir zum 808-Pattern, was, denke ich, die meisten interessieren wird. Ja, ihr seht, das ist alles sehr verrückt, aber es passt irgendwie alles so zusammen, dass es irgendwie so einen nice Bounce gibt. Ja, wir sehen einfach Root-Nodes und dann hier, hier, hier so eine doppelte mit hier rein. Das ist alles so, man kann es irgendwie nicht erkennen, ich habe das so aus dem Gefühl geplaced. Das ist irgendwie so, weißt du, das ist so diese feste Zählzeit und die 808 kommt immer in der ersten Bar auf den halben Zählzeiten. Also, es ist so, so ihr checkt, weißt du, immer so dazwischen. Das gibt diesen kleinen Aufbauen in die 1 und dann seht ihr hier diesen Abgang, der, finde ich, das 808-Pattern so unglaublich unik macht, der ist dann auf den Zählzeiten. Das heißt, ihr habt erst so diesen, diesen Bounce und dann habt ihr auf einmal diesen, der so, jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber der dann so auf den Zählzeiten ist, weißt du. Und dieser Wechsel ist halt sehr entscheidend bei den Pattern. Wir sehen das auch hier. Hier haben wir zwar einen auf einer geraden Zählzeit wieder, aber diese sind alle immer auf Unzählzeiten und hier komplett wieder auf geraden Zählzeiten. Also so, das macht quasi dieses Pattern aus. Die Kick spielt einfach über fast jede A-to-A drüber, allerdings nicht über alle. Ja, das ist das Pattern, ihr könnt es euch angucken. Man kann hier tatsächlich nicht viel erklären, weil das irgendwie alles so ein bisschen, ja, das ist, das folgt irgendwie nicht so Regeln. Das ist einfach so aus dem Gefühl gemacht mäßig. Deswegen klingt der Beat auch meiner Meinung nach so unique, weil es einfach so besonders ist. Also es gibt nichts, was sonst so klingt, zumindest vom Bounce her. Ja, man, ansonsten haben wir hier noch ein Symbol im zweiten Teil der Hook. Das ist das Pattern dafür und das sorgt einfach für die Steigerung und klingt dann so. Ist ganz leicht im Hintergrund, baut den Beat einfach noch ein bisschen auf. Ansonsten kommen wir zum Part. Im Part ändert sich eigentlich nichts, außer dass die Arcade-Voice rauskommt. Hier ist ein kleiner Cut und die Kick geht raus, der Übergang klingt dann so. Ja, im zweiten Teil des Parts kommt die Open Head rein. Dann kommt wieder die genau gleiche Pre-Hook wie die erste, die genau gleiche Hook. Und dann kommen wir zum Outro, was einfach nur mit diesem Cut hier in der letzten Hook wieder genau die gleiche Hook ist und dann Fade Out nach unten. Und das ist eigentlich der komplette Beat, wie ich ihn gebaut habe. Ja, ich hoffe, ich habe die Fragen zu diesem Beat jetzt ausgiebig beantwortet. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Like, Comment, Abo, ihr kennt das. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal jeden Mittwoch, 17 Uhr, jeden Samstag, 15 Uhr. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.